Hey, und herzlich willkommen am Marsch der Welt! Habt ihr das gesehen, das läuft auf allen Sender? Und ich sage Ihnen, Sie wissen nichts über das Ende der Welt. Und genau das soll sich hier und jetzt ändern. Denn wir schenken Ihnen diesen romantischen Platz an unserer Seite. Sie tun so, als wäre das beschlossene Sache gewesen. Das können wir doch nicht machen. Schenken jetzt, dass es da nicht aufregt! Ich verstehe ja voll und ganz, dass das Projekt zuallererst bei Ihnen, den EinwohnerInnen, verankert sein soll. Sie sollen sich ja darauf freuen, können, sollen, wollen, müssen. Also, Sie alle werden Teil von etwas Neuem, einer neuen, nachhaltigen Gemeinschaft. Eure Lutz, Männer, wie ist unser Brasch dabei? Verbind euch, unsere Braschdosenverein! Okay, Kamera läuft und ab! Ich verstehe das nicht. Warum soll das denn jetzt die Innovation sein, wenn da so ein paar Hippies hierherkommen? Ich geh auf jeden Fall nicht noch mal hin. Das ist die Art, das ist nicht mein Ding. Außerdem hat die doch Vogel und der Pony. Wovon redest du denn? Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Ich rede von diesen Verrückten, die kommen werden. Du weißt schon. Sag ich doch, dass du verrückt bist. Psch, nicht so laut. Muss ja nicht gleich jeder hören. Ey du Sommer, sind die jetzt alle völlig glücklich klein oder was? Und ich dachte noch, du was Witze. Ja, das klingt für dich wie ein Fiss. Für mich, für einen Chance. Eine Chance? Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Naja, du verstehst das nicht. Rote Sonne. Ab Rote Sonne. Ab Rote Sonne. Und Zeit für was? Zeit für wen? Zeit für wen? Zeit für wen? Du hast unsere Familie zerstört. Ich mach das doch für uns. Meiler, du hast doch immer davon geträumt. Alle unter einem Dach. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ihr könnt nur zerstören. Ihr wart nichts auf. Dafür habt ihr ja gar keine Geduld. Ich wollte ja nur einen Punkt setzen. Ich wollte ja nur Gedanken sehen. Und selbst wenn sie es nicht wollen. Dann denken sie wenigstens mal wieder darüber nach, was sie eigentlich wollen. und ob sie überhaupt irgendwas verändern wollen. Ich verstehe das nicht. Jetzt macht ihr mich in die Hose. Da ist niemand. Ich hab das gecheckt, ey. Und Punkt 6 fällt da der Hammer ab. Ich bin tot以上しい. Je irgendwas bei mir nur concentrate drauf. Ich hab das gecheckt, okay, ich piping dich in das G carrot. Vielen Dank.